Welche Mitverantwortung hatte auch die politische, also die Parteiführung für das Amleit der Flüchtlinge? Die hätte das schon sehen müssen, schon an unsere Rückzüge, an der ganzen Ostfront, ob es vom Norden, Mitte oder Süden ist. Da hätten sie schon Vorsorge machen müssen, damit die Zivilisten alle evakuiert werden. Und das wurde nicht gemacht. Da kam kein Befehl oder irgendetwas ab jetzt und so weiter. Aber wie gesagt, die Zeit, wo wir dann in Ostpreußen waren, dann mussten ja praktisch schon die Zivilisten alle raus sein. Und das war nicht der Fall. Denn die Partei oder wie es da hieß, die Politik, die haben sie immer gesträubt. Die haben immer nur am Endsieg gehofft.